Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf dem Gremiumweg Schauensland. Diese Tour hat etwa 10,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Rundweg so ist, dann kommt mit. Guten Morgen, heute sind wir im Landkreis Neunkirchen unterwegs. Kommo ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Alle machen es gut. Ciao und bis nächste Woche. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf dem Premium-Wanderweg Schauinsson unterwegs. Und da hinten fährt ein Auto, glaube ich. Ich glaube, es ist einfach nur Wind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020